So, und jetzt erzähle ich euch was. Ein Urlauber hat sich in der Karibik einen lebenden Papagei gekauft und den wollte er natürlich nach Hause bringen. Beim österreichischen Zoll sagt der Zöllner zu ihrem, wissen sie eh, lebender Papagei kostet 500 Euro Zoll. Ein ausgestopfter Papagei kostet nur 50 Euro Zoll. Zumal schaut der Papagei so auf und sagt, ja, nicht überreagieren.